Meine Mutter ist Opfer einer tragischen Geschichte und als einzige Tochter ist es meine Pflicht, sie zu beschützen. Keine Tochter würde zulassen, dass ihre Mutter so behandelt wird. Es wird höchste Zeit, dass die Justiz Bagné und seine Bande ein für allemal aus dem Weg räumt und Mama vor deren Manipulationen schützt. Zum Schutz ihrer Mutter will sie eine Verurteilung von Bagné und Lilian's Entourage erreichen. Françoise Meyers Bettencourt n'en dämort pas. Sa mère ne serait plus en mesure de gérer son immense fortune. Les avocats de sa fille s'appuient désormais sur les enregistrements clandestins où la milliardaire apparaît peu au fait de ce qui lui appartient vraiment. Insel, wo ist die? Wie heißt sie? Der Ros. Carlos? Der Ros. Ach, ach ja. D'accord. Ja. Ja.